Dänemark ist nicht Ihr Freund. Für uns dienen Sie nur einem Zweck. Die ganze dänische Westküste von den deutschen Landminen zu befreien, die Sie zuvor hierher gebracht haben. Seien Sie Soldaten? Zwischen den schwarzen Fähnchen und dem Feldweg liegen 45.000 Minen. Ihr werdet hier alle nicht schaffen. Wenn Ihr das erledigt habt, könnt Ihr nach Hause gehen. Willst Du etwas sagen? Nein, Herr Feldwebel! Ich hab eine! Ich hab eine! Scheiße. Stopp! Ich hab eine kleine drenge. Ich hab eine kleine drenge. Die kleine drenge, die råber auf deres Mor, wenn sie bange sind. Sie werden von einem auspuffelt. Das ist gut, Karl. Ich höre mehr über die drenge. Ich schütze mich auf einen von einem. Du verstehst du das? Ernst, komm bitte. Komm her! Ernst, komm bitte. Ich glaube, man ist gammel genug für den Krieg. Man ist auch gammel genug für den Krieg. Wiederhole, es ist fast vorbei. Es ist fast vorbei. Ich komme wieder nach Hause. Ich komme wieder nach Hause. Ich komme wieder nach Hause.